ja Nebelgrotter Neonien und uns den Enden oh yeah ein Scrolllevel und die Fressen das ist wieder mit diesem Das war dumm. Komm, schneller, schneller. Ich brauche Eier. Egal. Hier muss man ebenfalls aufpassen. Nicht nur auf irgendwelche Steine, sondern auch noch auf irgendwelche Lava und Eiszapfen. Ja. Au. Oh man, ich will die wirklich nicht ohne Safe States spielen. Boah. Einfach warten. Irgendwie spinnt gerade mit dem Emulator. Hier geht es nicht rein. Okay. Okay. Meine Stamme. Nein. Boah, die Münze hätte ich tricken müssen. Oh nein. Boah, was war denn das? Die München hier. Okay. Ja, jetzt müssen wir auf diesen Stein aufpassen. Ja. 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 Man sollte eigentlich nichts groß zu sagen. Ich bin froh, wenn ich schon noch daheim bin. Also die acht Wochen sind wirklich nicht leicht gewesen. Und ja. Morgen Prüfung. Und eigentlich sollte man ja Prüfung lernen. Regeln. Was macht's denn da hinten? Ja, das ist ja blöd. Ja, das ist ja auch bei mir. Okay, genau. Das ist ja auch bei mir. Das Ellenbücher könnte wirklich ein bisschen schneller gehen. Naja. Was solls? Hm? Was solls? Komm hier rein. Nein. Warum ein Emulator jetzt so rumspinnt mit dem Sound, das muss man niemand verstehen. Oh. Ja. Da muss man eben auch ein bisschen schneller sein. Sprich auch Münzen. Mann. Ja, genau. Also hier wird auch 100 Punkte schon ziemlich schwer sein, denke ich mal. Ich glaube, da kommt dann auch eine Stelle, wo man mit diesem Stein über die Lava muss. Ich weiß nicht, ob es das Level war oder ein anderes. Ja. Oh. Gibt es irgendwo unten lang? Oh. Einfach mal unten langladen. Ah, ich hasse Scrolllevels. Oh. 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 Ansonsten ist das Level eigentlich machbar. Ja, wie gesagt, nächste Woche werde ich meine Kaffee-Karte umtauschen. Ende dieser Woche, also Ende nächster Woche. Mal gucken. Und dann schauen wir mal. Das war nicht gut. Ich würde gerne dieses Bundes-Spiel da haben, danke. Boah, das ist ja wirklich. Ach, das ist gar kein Bundes-Spiel. Eine Tür. Naja. Mit Zwischenspeicher. Boah, jetzt gibt es wieder neue Lösung. Ja, Eier sind voll. Ja, ich will die Kaffee-Karte eben zurück. Ähm, umtauschen, zurückschicken. Weil diese so komisch fiept. Ich frage mich nicht, warum die Kaffee-Karte fiept. Manche sagten eben Anti-Aliasing. Äh, Quatsch, Anti-Aliasing, so schieß man. Ähm, ich meine damit, ähm, vertikale Synchronisation. Sprich, die Kaffee-Karte ist schneller, wie der Monitor das Bild darstellen kann. Deswegen fiept die dann. Und, hm, ich denke aber eher, es liegt am Lüfter, dass der Lüfter vielleicht einen Schaden hat. Und, ja. Und deswegen kommt die einfach zurück. Und wenn die nächste, die ich bekomme, hier, also würde die selbe sein. Und die ebenfalls fiept, dann... Ja. Dann weine ich auch nicht mehr weiter, ne? Weil ich erwarte von der Kaffee-Karte, wenn ich 10 Minuten spiele, dass sie nicht anfängt, lautstab zu fiebern, dass sie in die Ohren schmerzen. Aber, naja. Bin ich der einzige mit so einem Problem. Aber, ich denke mal, es hat verschiedene Ursachen. Oh, mein Gott. Sehr schön. Oh, mein Gott. Ja, Leben. Oh, ho, ho. Ich finde aber diese Melonien-Karren-MG hier auch dieses... Finde ich eben ziemlich cool. Upsala. Ja, man soll halt platonisch auch aufpassen, dass man die auch irgendwo hängen bleibt. So wie jetzt gerade. So. Oh, das ist ein Riesen-Level. Ich bin kurz wieder abgelenkt worden. um ja auch noch drei Minuten oh nein nicht schon wieder aber diesmal geht es schneller oh nein hier geht man ja auf Schweine blöden Vögel und was auch immer das ist die Fressen ja genauso oh Nein! Woa 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 woa... Vorsicht! Hier werde ich bestimmt leider was verpassen. Ach, was soll's. ich hasse es ja des scrolling levels so, jetzt machen wir das Botespiel und, ja dann war es erstmal voll wieder mit Yoshi's Island und, ja, dann geht es, denke ich mal, so die nächsten Tage verdammt ich weiß mir die drei Münzen morgen da war ich einfach nicht schnell genug aber naja, gut Memory Memory oh je, das ruch schwer ähm oh Gott, 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 ich bin halt Ashley from Memory also das Breits und das ja, Wolken, ich bin auch gut dann hier und hier und hier und hier oh je, jetzt wird es schon schwer oh, 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 oh keine Ahnung bei toiten und hier bei haben wir Rot. Rot war glaube ich hier unten. Nein. Naja. Aber wir haben ja noch einen Versuch. Die rote Melode ist Schwachsinn. Die braucht man nicht. Ja, eigentlich ist Memory. Selbst wenn man jetzt wirklich einen Scheiß Gedächtnis hat, ist das nie wirklich schwer. So. Zehn Leben. Sehr schön. Ja, das war's erstmal für heute mit Yoshi's Island. Das war's.